Bis auf den letzten Platz gefüllt ist das Trofana in Mils bei Imst. Eine weitere Station für das AK Kindertheater. Das gibt es in ganz Tirol natürlich in jedem Bezirk, so wie die AK eben auch in jedem Bezirk vertreten ist. Eine Stunde lang entführen Herbert und Mimi ins Zauberland. Das ist einfach ein Zauber, der einfach in der Stunde passiert, wo man glaubt, kleine Unmöglichkeiten einfach passieren. Dass man auf einem Brett sitzen kann, über eine Leiter quer und man fällt nicht runter, gibt einen kleinen Zauber. Oder dass Dinge erscheinen, die davor nicht da waren. Oder dass eine Blume abknicken kann und mit einem Lied wieder zum Leben erweckt wird, mit Hilfe der Kinder. Einfach ein kleiner Zauber, das das Ganze umgeht. Und eine Hand so. Und dann so. Alle so. Ganz fest, bitte. So viel. Das klingt wie Regen, oder? Ja, vielleicht ganz fest. Ganz super war es. Ganz lustig. Die Buben hat es auch gut gefallen. Das ist zum weiterempfehlen. Auf allen Fällen. Mir hat es gut gefallen, dass sie gesungen haben. Dass die Kinder einfach gerne mögen. Und dass die Kinder animiert worden sind, zu mitmachen. Tritt, tritt, trotzt, trotzt, trotzt der Regen aus meinem Kopf. Ausch. Trotzt an meinem Koffer. Jawoll. Pitsch, Pitsch, Patsch, Patsch, Patsch. Trotzt in den Patsch. Super. Ausch. Das ist mit der Blume. Was war da? Da. Da ist der Unglück, da haben wir Regenwert singen müssen. Ich glaube den Kindern hat es sehr gut gefallen, weil viele Wiederholungen waren und es war einfach lustig. Mir hat es am besten gefallen, als sie den ganzen Tag gesucht haben. Die Mimi hat ihn in Herbert gesucht und Herbert hat die Mimi gesucht. Falten. Wie hat sie gemacht. Halten! 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 Welche Lesse mit links sind die Koffer. enforce die chuck 병, die Moinessten genie ORrough, die Koffer und durch die Handwerke orden macht. Ja, für die Kinder ist es natürlich fein, oder? Oder? Hat es dir gefallen? Ja, mach was anderes. Oder? Eigentlich hat mir alles gerne gefallen. Mir hat es gut gefallen. Und am besten hat mir das mit der Blume gefallen. Kleine und große Menschen haben sich im Zauberland äußerst wohl gefühlt. Alle weiteren Termine finden Sie auf ak-tirol.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017